Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft, meine Modsüppchen und der schönen Baustelle. Yay! Heute mal hoffentlich ohne Türmchen. Ja, ich bin nochmal so ein bisschen in mich gegangen. Es ist ja mal ganz praktisch, wenn man so Pausen zwischen den Aufnahmen macht, dann kann man sich alles nochmal neu angucken an anderen Tagen. Und ich bin sogar jetzt zufrieden mit dem, was ich hier hingefriemelt habe, auch wenn es der Vorlage nicht entspricht. Aber ich habe es mir nochmal angeguckt. Also ich sehe ja keinen Weg, wie ich das auf der kleinen Fläche machen könnte. Also hier hätte ich so eine Halbrundung hingemusst. Und Rundung, ihr wisst, je breiter, desto besser bei Minecraft. Da hätten die Türme weiter auseinander stehen müssen und all so ein Kram. Aber ich will ja nicht das komplette Gebäude hier umbauen. Und ja. Deswegen bleibt es halt in diesem Design. Ich habe jetzt mal hier so ein bisschen von dem blauen Holz mitgebracht. Und will mal was ausprobieren. Und zwar würde ich hier gerne noch so ein paar Akzente reinsetzen. Nämlich immer hinter dieser Walls nochmal das blaue Holz, das dann so leicht durchscheint. Wenn das so funktioniert. Damit das nicht ganz so nackt aussieht, dieses Gerippe. Dazu müsste natürlich hier das Glas wieder weg. Keine Sorge, das geht nicht kaputt. Das habe ich euch schon mal erklärt. Allerdings auch, dass man es so gut wie gar nicht sehen kann. Na doch, da unten ist es. Also ist nichts verloren. Und hier dann also das blaue Holz hinter die Walls. Und dementsprechend dann auch hier und hier. So, ob es nach innen auch kommt, das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Das gucken wir uns jetzt erstmal an. Ach, hier ist schon die Scheibe drin. Haha. Na komm, flieg. Ja, ist ja nur für so einen kleinen Farbakzent. Ich weiß, dass uns nicht viel sieht, aber ein bisschen. Und ich finde es gut. Ja, ich glaube, ich setze hier auch noch hier eins weiter. Na, sonst würde man ja denken, dass dieses ganze Gefriemel da irgendwie so schwebend ist. Und das ist ja Blödsinn. Wobei, wir sind bei Minecraft, da können auch ganze Berge schweben, wenn es sein muss. Das wäre dann so. Hier ist noch gar kein Glas drin, oder? Nö. Phantom-Glas. So wäre dann auch hier dahinter. Ach, da habe ich ja auch Glas gesetzt. Okay. Seht ihr, da habe ich es jetzt nicht erkannt. Also ein bisschen soll man es ja schon sehen, das blaue Holz. Also. Oh. Oh. Das ist zwar ein bisschen zu fest zugeschlagen. Oder die Spitzhacke ist zu gut. Eins von beiden. Ähm. Da ist jetzt auch noch so ein Block. Ganz, ganz vorsichtig. So. Und dann da unten noch. Dann kann ich das nämlich hier auch irgendwie so dranfriemeln, dass da auch keine Löcher entstehen. Nein, danke. Kein Birkenholz. Nämlich so. Und so. Da. Da noch. Und. Äh. Na, verarsch mich doch. Nein. So rum. Und dann nehmen wir auch schon mal die schöne kleine Axt in die Hand. Denn die brauchen wir jetzt auch noch gleich. Ach so. Dann haben wir hier auch noch eins dahinter. Dann hier in den Seiten ja dann theoretisch auch noch, ne? Ja, wenn ich sage hinter alle Walls, dann hinter alle Walls. So, alle sind alle. Mal gucken, wie lange ich dieses Spiel jetzt noch spiele mit diesem Birkenholz. Aber ich glaube nicht mal allzu lang. Irgendwann ist es ja auch mal gut, ne? So. Theoretisch könnte ich hier die Ecken dann auch noch. Das gucken wir uns aber erstmal nur auf einer Seite an. Nicht, dass ich jetzt gleich das ganze Glas rausgerobbt habe. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Angelegenheit. So, hier kommen wir raus. Ja, doch, doch, doch. Das hat doch ein bisschen mehr. Es gibt der ganzen Geschichte ein bisschen mehr Halt, würde ich mal behaupten. Wobei das jetzt schon wieder sehr philosophisch klingt, ne? Aber ihr könnt mir bestimmt folgen. Also, das ist eine gute Idee mit dem Holz dahinter. Ich lobe mich einfach mal selbst. Es ist ja auch sonst keiner hier. Ups. Es ist ja auch sonst keiner hier, der mich loben könnte. So, und ich weiß, dass hier ein Loch ist. Aber das ist noch so eine Flugschneise. Irgendwie verarscht mich hier doch gerade wieder irgendwas. Ah, jetzt stimmt es wieder. Das war wieder dieser lustige Inventar-Bug, wo man Sachen hat, die man gar nicht hat. Ich wollte nämlich sagen, ich habe doch nur 8 hergestellt. Wieso kann ich da ständig neue 8 aufsammeln? Fantastische Phänomene. So, jetzt gucken wir noch mal ganz skeptisch von hinten hier dran. Dann müsste das da weg. Und das da weg. Und dafür ihr da hin. So. Und... Dann müsste das auf der Ebene hier eigentlich erledigt sein. Und da unten wird es dann sowieso ein bisschen kriminell. Das muss ich mir vielleicht noch genauer angucken. Ich setze jetzt einfach mal hier und hier. Die zwei. Und dann komme ich hier jetzt nicht mehr raus. Ich weiß. Aber das hier muss ja sowieso weg. Denn man guckt hier ja nicht durch die Fenster auf so ein blödes Dach. Also... Ah, nee, ich komme hier noch raus. So. Also das ist ja nur auch... Wäre auch ein bisschen grenzbescheuert. So, gucken wir mal von oben. Genau, da hatte ich jetzt einfach die Blöcke drunter gesetzt und gesagt, dass das jetzt komisch aussieht, wenn sie auf die Stufe treffen, aber dass das erst mal so sein muss. Hatte ich jedenfalls gesagt. Ob und inwiefern das stimmt, das sehen wir gleich. So, zum Glück habe ich ja noch genug Flugschneisen, wo ich rein kann. Und jetzt schwingen wir mal schön die Axt. Ich hoffe, die überlebt das. Keine Sorge, wir machen das gleich schneller, so wie ich dort irgendwo stehen kann. Nämlich jetzt. So. Jetzt das ganze Innere bitte raus. Ich fürchte, aber es wird zwischendurch noch dunkel. Kann das sein? Ich meine, ich sehe jetzt hier sowieso nicht viel, aber ich habe jedenfalls das Gefühl, es würde dunkel werden. Das ist bestimmt nicht von ungefähr. Jetzt aber. Genau. So. Gute Nacht. Und da sind wir auch schon wieder. Zum Glück geht das ja immer sehr, 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 sehr schnell. So. Oh, toll. Meine Axt hat aufgelevelt, was auch immer mir das bringt. Ich glaube, noch ein Modifikator mehr könnte drauf, aber... Ja. Wer es mag. So, ich glaube, hier war ich dann durch. Huch. Sollte nie den Block abbauen, auf dem man steht. Jetzt machen wir das ein bisschen geschickter. Nämlich so. Aber ich muss ja eh nochmal runter, denn... Ihr wisst ja, die ganzen Blöcke sind alle äußerst kostbar. Also, kommen wir raus. Ach, ich habe mich noch den Notausgang. Ein bisschen schwer zu treffen. So. So, das sieht jetzt schon mal besser aus, wenn man dann nicht aufs Dach guckt. Man guckt jetzt zwar aufs hintere Dach, aber das ist nicht so schlimm. Da können wir noch irgendeinen schönen Hintergrund reinbauen. Ich weiß nur noch nicht so recht was. Muss ich aber zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht. Aber wenn ich schon mal hier so davor hänge, kann ich auch mal die Fensterscheiben hier fertig setzen. Wobei, es sind ja Fensterblöcke. Uns ja drauf geeinigt. Ja, hier wird das ein bisschen schwierig. Ja, ich könnte entweder das blaue Holz nehmen oder ich setze eine ganze Reihe Fenster drüber. Ich probiere es mal mit einer Reihe Fenster drüber. Denn ihr wisst ja, die Fenster dienen hier gleichzeitig ja auch als Beleuchtung. Und es geht eins zu eins auf. Ja, also wenn das kein Zeichen ist, dann weiß ich auch nicht. Auf was soll man schauen? Also theoretisch schaut man natürlich ins Haus rein. Aber ihr wisst, das ist nur eine Kulisse. Also so viel zum Reinschauen wird es dort nicht geben. Das ist jetzt ein bisschen blöd. In dem einfach nur mal ganz wagemutig noch ein bisschen blaues Holz in die Hand. Ich wollte überlegen, ob ich das hier noch verkleiden soll. Also eigentlich müsste das Ganze noch eins rüber. Dann könnte ich nämlich so eine richtig schöne Innenverkleidung machen. Also quasi, denkt euch mal hier die Blöcke weg. Stellt euch vor, die wären blau. Oder ich versuche so zu machen. Dann wird es natürlich hier oben sehr, sehr schmal. Wobei, wie gesagt, ah, wieder drauf eingefallen. Wie gesagt, äh, Kulisse, ne? Also. Es ist also vom Prinzip sowieso wurscht. Nein, nochmal falle ich nicht drauf rein. Das kannst du vergessen. So, da ist der Turm. Wir gucken einfach nochmal. Man kann nie genug gucken. Naja, es ist zwar extrem eng, aber das fällt hier von da hinten gar nicht auf. Da sieht man einfach nur blaue Fläche. Das finde ich viel besser als Dach. Okay. Dann nähern wir uns dann einem anderen Problem, nämlich dem Niedergang des Blumehoe-Holz. Das ist nicht so gut wie leer. Muss ich mal in Luises Forestry Farm schiedeln. Ob sie da noch was über hat. Ich hoffe. Dann bauen wir hier jetzt einfach mal so ein Käfig drauf. Gut, da kommen ja weiße Stufen dran. Das hatte ich ja schon festgelegt. Und dann wäre hier dann die Verkleidung. Ich bin echt froh, dass ich innen gar nichts gestalten muss. Denn, ihr könnt euch vorstellen, dass man mit diesem Eck hier so gar nichts anfangen könnte. Oder nur mit sehr, sehr viel Fantasie. Oder mit sehr schrägen Ideen. Keine Ahnung. Ich würde sagen, ich besorge dann jetzt mal noch so ein paar von diesen weißen Stufen. Und dann bauen wir das ganze Dach dann mal fertig. Dann sind wir auch wieder äußerst weit gekommen heute. Also, ich muss sagen, es ist wirklich rasant. Nein, das war kein Sarkasmus. Wie kommt ihr denn da drauf? Aber ich sehe gerade, hier fehlt eine Treppenstufe. So. Ach ja, wie schön. Und weil die eine Stufe gefehlt hat, fehlt jetzt hier auch eine. Ja. Aber es ist okay soweit. Und endet dann hier im Living Rock. Das finde ich gut. Sieht sogar von innen gar nicht so hässlich aus. Gut, wie gesagt, von innen. Also, wenn man hier auch Stockwerke reinziehen müsste, die ja natürlich dann irgendwo hier auf dieser Höhe wären, würde das, glaube ich, alles ein bisschen merkwürdig aussehen. von den Dimensionen der Fenstergrößen und so weiter und so fort. Aber ich muss das ja nicht machen. Nein, 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 nein. Also, alles gut. Ach, jetzt ist der grüne Ball. Doch, das sieht doch irgendwie... Das sieht auf jeden Fall irgendwie anders aus. Das ist ja immer wichtig, ne? So ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen magisch, aber einfach so ein bisschen, ja... Anders. Aber wir bleiben bei Anders. Mir fällt sonst jetzt nichts Besseres ein, also bleiben wir bei Anders. So, und apropos Anders, bauen wir jetzt eigentlich hier dann auch das Dach anders. Uh, ein Karlauer schon wieder. Oder nehmen wir dasselbe Design. Ich glaube, da diese Türme tatsächlich gleich sind, nur dass der mittlere ja so ein bisschen höher ist, hatte ich, glaube ich, gesagt. Hatte ich das gesagt? Moment, ich gucke lieber nach. Ich gucke lieber nach. Jetzt seht ihr wieder nichts, aber ich sehe was. Nämlich Google. Oh mein Gott, Google-Werbung. Hey, das geht nicht. Ähm, da ist mein Modell. Gut, er ist höher, hatten wir gesagt. Dann müsste ich ihn tatsächlich noch ein bisschen höher ziehen. Ja, mit Marmorblöcken, davon haben wir ja noch Tausende. Also langsam gehen ja echt alle Materialien aus. Das ist aber ein blöder Zufall. Wobei, ich weiß auch nicht so recht, was ich überhaupt noch alles baue. Deswegen kann ich noch nicht so genau sagen, was ich brauche. Und das ist immer blöd. Also zumindest mal noch einiges an Stufen und einiges an Blöcken. Das ist auch eine schöne Mengenangabe. Wie viel brauchst du? Ja, einiges. So, aber nicht viel höher. Also setzen wir mal noch eine falsche Schicht drauf. Nein, wir setzen natürlich keine Stufen drauf. Sondern eigentlich Blöcke. So, und dann käme ja auch normalerweise wieder ein Fenster nach meiner Logik. Und das kommt jetzt natürlich nicht drauf. Sondern jetzt kommen wieder hier diese Treppenstufen, die dann so ums Eck gehen. So, mal aus dem Prinzip setze ich die auch mal so verkehrt rum hin. Vielleicht sieht das ja hier auch gut aus. Auch wenn es kein Fenster abdeckt. So, diesen Kranz kann ich auch bauen, wenn unten drunter noch gar nichts da ist. Das ist gut. Solange ich ihn jetzt auch wirklich richtig baue. Aber es macht einen guten Eindruck. Jetzt haben wir den Kranz drauf gesetzt. Ja, ist ja auch Adventszeit. Da kann man auch mal mit Grenzen spielen. So, der Oberteil des Ganzen sieht aber ein bisschen anders aus. Kriegen wir das denn hin? Ich setze hier erstmal Hilfsblöcke rein. Und holen wir mal wieder die beliebten Walls. In der Hoffnung, dass ich hier noch was mit anfangen kann. Aber das ist natürlich schwer darzustellen. Leute, Leute, Leute. Das ist halt so äußerst filigran. Und ihr wisst ja, Minecraft und filigran ist, ja. Ein bisschen schwierig. So, aber mit 6 kommen wir nicht weiter. Wir nehmen mal 18, damit ich das ein bisschen simulieren kann. Da kämen jetzt eigentlich wieder so kleine R-Käschchen oder irgendwie sowas in der Art. Keine Ahnung, wie der Fachbegriff ist. Und höher will ich auch noch werden. Oh Gott. Nein, 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 nein. Du, du, bitte nicht. Du nicht, du nicht, du nicht. Aber hier. So, und dann haben wir sogar noch eine Handvoll Treppenstufen. Da könnte ich jetzt gucken. Müsste dann hier drauf. Hier drauf. Ja, dann müsste so ein Vollhorst. Ja, doch. Und dann innen nochmal. Angegangen und nach oben gezogen. Uuuuh. Uuuuh, das wird eng. Aber probieren. Geht hier wieder mal überstudieren. Und was gar nicht geht, ist, dass ich hier mein Bett nirgendwo aufstellen kann. Dann landen wir mal da unten an. Und können, naja. Fertig bauen, wollte ich sagen. Aber die Uhr sagt mir, wir bauen eher nicht fertig. Ja, so schnell hat man 20 Minuten mit fast nichts gefüllt. Das ist auch in der Mitte tolle Kunst. Also, fast nichts und die ganze Folge ist gefüllt. Ich finde das höchst respektabel. So, noch ein paar Stufen dazu. Noch ein paar Walls. Ja, noch kann ich das hier herstellen wie ein großer. Mal gucken, wann es mir ausgeht. Ja, aber wenn man hier von unten kommt, wie ich das nochmal so sagen darf, ne. Und hier so ehrfürchtig die Treppe hochsteigt. Und sich dann so langsam dieses Portal aufbaut. Das sieht doch schon gewaltig aus. Gut, es könnte breiter sein und so. Aber, ne, mit der Vorlage auch nur schmal. Die Elben sind ja auch eher schmal, ne. Die brauchen es nicht so dick. Okay, mit der Erkenntnis lasse ich euch jetzt auch wieder in die Freiheit. Und sage Tschüss, macht's gut, bis morgen. Und dann geht's hier natürlich weiter, ne. Jo.